Ich bin Amanda Speschewski. Ich bin Dermatologin, ich bin Hobbysportlerin, in Wien groß geworden, in Österreich, der Land der Berge und habe polnische Wurzeln und ja. Als Kind war ich überhaupt nicht sportlich, da haben mich meine Eltern jagen können damit. Wir sind Skifahren gegangen, Pennis spielen, sie haben alles mit mir ausprobiert. Sport ist mittlerweile eine Leidenschaft von mir, eine Ablenkung. Man kann irgendwie den Kopf freikriegen und wenn ich Sport mache, ist es auch ein bisschen eine Art Meditation für mich. Und an der Haut tut sich sehr viel zeigen, was in einem vorgeht. Es ist klassischerweise das größte Organ und wir sollten auch deshalb unsere Haut mehr schützen, weil wir halt nur eine haben. Ich finde, Faster than Skin Cancer verkörpert das ganz gut, dass wir auf unsere Haut achten sollen, unsere Haut schützen sollten, uns öfters einschmieren sollten. Und das versuche ich zu unterstützen und deshalb bin ich ein Teil von Faster than Skin Cancer geworden. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020